Herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder da seid. Meine Community schreit nach dem Bosskampf. Sollen sie ihn bekommen. Ey, du da! Ah, jetzt musste was kommen. Was? Oh! Okay, mein Freund. Okay. Oh, das ist neu. Ich will mich heilen. Ich will mich heilen. noch ungewohnter boss ja okay aber ich glaube ich habe die ganzen halb schon aufgedeckt ich frage mich jetzt was eigentlich klüger ist ob ich meinen porter dahin habe und dann zurückkehre wobei ich hier glaube ich schnell herauskomme ich glaube ich glaube ich werde zwei drei auf dem brauchen ja bin ich gestorben leute die das unter umständen gut finden ich gehöre nicht dazu ja ich weiß es gibt sogar ein extra hashtag dafür in meinem chat der steam gegner alles hauptsache nicht lieb wird dann gespammt weiß dass ich solche leute bei mir habe im chat findet das nicht gut ich ich finde das nicht gut ist schon ziemlich arschig weil sie hier tut ich fühle mich diskriminiert und hier habe ich den shortcut ok da ist immer ein shortcut so Was hast du jetzt davon? Das Würmchen habe ich immer noch nicht befreit, ich denke, dass der Zugriff für das Würmchen wahrscheinlich recht sein wird beim Boss, bin ich ganz sicher. Hm, wie der ganze Ding erstmal weggeht für den überflüssigen Heal, dass ich das richtig verpeilt habe. Boah, der ist halt echt insane. Ich höre das Würmchen, das tut mir so im Herzen weh. Würmchen, ich weiß, dass du da bist. Neue Umfrage im Chat. Sie wird wie immer gegen mich ausfallen. Oh, da hat mein Nagel versackt. Okay. Dass das einfach nicht rentiert hat. Okay. Das war's. Das kann sich jetzt doch noch rankieren. Ja, okay. Energie wieder voll. Ich sag mal, damit kann ich in den Kampf treten. So, was mich jetzt ein bisschen stört ist, Umfrageergebnisse eindeutig, ich habe es befürchtet. Das nervt mich jetzt doch schon am meisten. Hm, okay. Dann macht halt keinen Schlag nach oben. Hm? 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Halt hart in der Sackgasse, aber Gott sei Dank noch gerettet. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mein Ritter, endlich bist du frei Kleines Wesen Kenne deine Art Wenn du versuchst Deine Vergangenheit zu entschlüsseln, wüsste Ich bin nicht die Königin, die du suchst Es sind die bleichen Wesen Die die Schuld an deinem Schicksal tragen Bleichen Wesen sind das jetzt die Leute, die Masken tragen? Auch wenn dieser Schwamm Innerhalb von Heilandstags existiert So haben wir doch keinen Anteil an seinen Bestreben Haben wir doch keinen Anteil an seinen Bestreben vorzubedauern Es ist närrisch gegen die Natur aufzulehnen Alles und jeder muss ein Ende im Kauf nehmen Boah, das ärgert mich voll Irgendwo muss doch das Würmchen sein Also zur Info, warum ich so scharf auf das Würmchen bin Ich glaube, es ist das letzte Das andere ist hier mitten auf dem Weg Aber hier Ist das fucking letzte Würmchen Und ich möchte wissen, was das ist Ob es doch von oben oder hier von der Seite Ich weiß es nicht Uh, dann könnten wir gleich ja technisch Hier hin Oder wir machen hier die zwei Schlüssel Abfallgrube und Station der Königin Da haben wir sie auch Oder, was ich schon gesagt habe Ich glaube, das machen wir zuerst Wir haben ja die tausend Seelen zusammen Dann gehen wir hier hin Und wir versuchen auf die Geisterlichtung zu gehen Da sagt man ja, ich soll das nicht tun Ich bin jetzt nicht so großer Freund Wenn man mir sagt, dass ich etwas nicht tun soll Weil dann will ich es ja tun Ich höre das Würmchen Es muss irgendwo sein Hört ihr? Da ist es Boah, die tun halt so massiv weh Also es ist halt irgendwo hier Ein Durchgang zum Würmchen Aber ich weiß nicht wo Na Gott sei Dank Hier So, wie komme ich zum Würmchen? Oder ist hier oben So ein doofer Gang versteckt Oh Ich wollte gerade sagen Da ist doch was Ich habe es gerade gesehen Ist hier noch nach oben? Moment Ne, hier geht es nicht höher Habt ihr es gerade gesehen? Da ist halt was Da oben Da ist ein Gang Oh Fuck Da komme ich hin Nice Okay Nächste Folge Mega Ich kriege das Würmchen Macht es gut Euer Sly Ciao